Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair, cut a cute Also wir müssen jetzt überleben 66 müssen wir gerade bauen Okay Ich drück immer auf Hm, wie baue ich denn am besten hier? So Ich werde jetzt richtig schön Sparend bauen Ach, perfekt Tetrisen werde ich Zack Oh, das sieht auch gut aus Hey Arschloch Ey, meine kommen voll schnell runter jetzt Ey, das ist doch voll der Cheat Was? Gar nicht Ey, nein, den brauch ich gerade Was ist denn? Danke Bitte Ach, kriegst du ihn zurück, Alter Ja Weil so ein Kackding Den kann ich benutzen, den kann ich benutzen Oh fuck Du bist auch fuck, Alter Ich hab nur gesagt, oh fuck Achso Ich hab verstanden, auch fuck Oh, was mach ich denn mit dem hier Oh nein Oh nein Dieser Dick hat einfach mir alles kaputt gemacht Was bringt das, wenn ich das irgendwas bei mir mache? Oh nein Habe ich da so ranken? Irgendwann bringt mir das, wenn ich so ranken habe? Ich hab doch keine Ahnung Nein, es wackelt, es wackelt bei mir That's not good Ich brauch Stabilisierung Jetzt hab ich Stabilisierung Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, es wackelt Oh nein, meine Oh Nein, meine, er fällt runter Scheiße, ich hab einen Runterfall Ich ruhig ein Herz weniger Nein, ich hab gefehlt, Alter Mann, ich seh nicht Warum ist denn hier Nebel, Mann? Ey, ich fällt alles Ich hab verloren Ich hab auch verloren Ne, äh, hä Ey, das ist ja komplett asozial, Alter Jawohl, ich hab meinen geilen Turmant Dann scheiß rauch, ich hab nichts mehr gesehen Guck dir den Turmant ein Absolute Schiebung Spasti Lächerlich So, nochmal Diese schwarze Magie ist voll der Abfahr Aber ey, diese großen Steine kann ich voll nicht unterbringen Dann muss man I und J spammen, Alter 66, ja moin Oh, mein Zack Zack Das ist doch schon wieder hier ein Scheißding Was soll ich denn mit dem machen? Wieso krieg ich nur so Gülle-Dinger hier? Das ist auch scheiße hier Leute, ich hab ihn gelöscht Oh, danke Jetzt hab ich den Code hier hinsetzen können Ey Oh, nö Nicht jetzt, ey Was soll das denn? Oh, der fällt ja instant runter, ey Absolut, du Scheiße Direkt einen Schaden gekriegt Ähm, nee Oh, 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 nein Ach, du Kacke Was soll ich damit denn machen? Was ist denn das? Ui, ui, ui Ey, der liegt voll schräg Ey, fall bitte einfach runter Ja, danke Oh, der fällt auch runter Das sieht nicht stabil aus bei mir Ähm Bei mir auch nicht Ja, viel Spaß Ey, nein Er ist wieder mit mir Hell Hä Mein Ding Mein vehn runter Oh nein Gut Ja, ich hab gewonnen Ja, weil mein Müll die ganze Zeit runterfällt Diese schwarze Magie ist einfach voll overpowered Also ohne Spaß, Follower-Port, weil diese großen Teile, ich konnte meinen nicht mal bewegen, dieser dicke Breite. Der ist einfach drauf gelandet, instant runtergefallen, ohne dass ich was machen konnte. Siehst du, was ich eingestellt habe? Nein. Irgendwas mit Rennenspezial. Du warst ganz schön windig, ne? Alter, warum, du dummer Upfucker? Die kommt voll schnell runter. Okay. Ey, ich krieg nur Scheiße! Nicht so alti sein, Nils. Ey, das Spiel gibt mir nur Müll, ganz ehrlich. Was? Das stimmt ja gar nicht. Was ist das denn? Ist was bei mir daneben gefallen, wiegt ihr? Hä? Hast du was gedrückt? Äh, äh. Ja, aber ich weiß nicht was. Bei mir ist irgendein Ding jetzt runtergefallen, wegen dir. Wie dich gecheckt ist. Ey, Mann, ich raff das Toilet hier. Ich seh nicht mal mehr, was ich hier baue. Ja, moin. Ich hab verloren. Du hast dich verloren. Du musst einfach nur als erster oben sein, heute dieses Mal. Ich kann keine schwarze Magie machen. Was ist das hier? Hä? Was hab ich jetzt? Was ist das denn hier? Ich hab ein Haus. Hä? Hä? Ich hab hier ein Haus, da kann ich drauf aufbauen. Ey, bei mir fällt alles um. Ey, du musst ab und zu mal nicht schwarze Magie, sondern weiße Magie machen. Das hilft dir voll. Guck mal, ich hab jetzt hier so ein Haus, darauf kann ich aufbauen. Das ist wieder fest. Voll gut. Fuck, was mach ich hier? Welche Taste war nochmal weiße Magie? Äh, J. Ja, meine Steine stehen schon wieder so schräg, dass ich damit nichts anfangen kann. Die blockieren einfach alles immer. Das ist Abfuck, finde ich. Du kannst einfach nichts mehr damit machen. Blockieren halt alles und dann hast du verloren. Schade. Dann kann ich hier rumreißen? Meins wackelt voll. Nö, der Wind ist voll stark, je höher du kommst. Fuck, was mach ich hier? Oh nein. Hier. Was ist das? Ich hab einen Stein. Ja. Der ist wieder fest. Oh. Gott sei Dank. So. Wieso kriegst du immer feste Steine? Hallo. Ja, ich hab weiße Magie angewendet. Ich weiß nicht, wo die Taste dafür ist. Okay, der Wind kommt von rechts. Das heißt, ich muss links, äh, rechts lastig bauen. Damit das hier so... Ich hab verkackt. So, jetzt brauch ich Ranken. So, mach alles ranke hier. Alter, die kommen einfach so hart. Zack. Nein, ich war doch fast oben. Oh Mann. Okay. Jetzt hat schon wieder gar kein Bock mehr. Äh, mach keinen Bock. Äh, komm. Ich find's halt absolut schade, dass wenn ein Block irgendwie schräg sitzt, dass du ihn nicht entfernen kannst und er deine ganze Konstruktion zerstört. Die müssen abfuck. Bamm. Er ist kaputt gegangen. Was ist das für ein Rennen? Hat das Spiel verlassen? So. So, er findet das Spiel nicht. Was ist das für ein Rennen? So, es ist das für ein Rennen? Alles ist das für ein Rennen?